Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Destiny. Na, wer von euch erinnert sich noch an die Destiny YouTuber Challenge Disziplin Jägermeister? Da haben wir ja nur mit Jägern gespielt, mit der Schwarmgranate und mit dem Perk aus der Asche, wodurch die Schwarmgranate ja extrem viel Superenergie wieder auflädt. Hier haben wir jetzt gedacht, okay, nehmen wir doch mal den Nexus und Anglos und so und dann geben wir mal einen Raid und spielen den Raid nur so. Das heißt, keine Waffen, nur Super vom Jäger, nur Nahkampfangriffe und die Granate. Und das hat eigentlich ganz gut geklappt. Checkt auf jeden Fall auch mal bei den anderen aus, wie die so gespielt haben. Die haben das auch nochmal aus ihrer Perspektive aufgenommen. Und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit gläserner Kammer Teil 1. Die anderen Videos werden natürlich auch noch die nächsten Tage folgen. Nur Wurfmesser, Nahkampf, Granaten und Super. Also keine Waffen, keine Primär-, Sekundär- oder Schwedere. Okay. Na, dass ich alle noch mit allen bekannt gemacht habe. Hallo in der Gruppe, ich bin der Nexus, ich habe ein Destiny-Problem. Nein, nein. Hallo Nexus. Ich habe noch hier Bastu mitgenommen. Also gefragt, mitgenommen. Und, äh, Biub. Hallo. Hallo. Er spielt auch. Ich spielt auch, ja. Dass, äh, jeder weiß, wer wer ist. Und dann haben wir hier... Ich spiele auch, ja. Simi und Diegel von ProNDC und Angelus von Angelus Game. Perfekt. Jo. Hat toi gemacht Nexus. Ja, ich, ich... Ich werde das wahrscheinlich hauptberuflich machen. Dinge vorstellen. Und du, ich bin Nexus. Das ist folgendes. Das ist ein Haus. Das ist ein Stück Holz. Ja. Das passt da so schön. So, mit der Stimme und, äh... Ich nenne, ich lasse meine Videos in Zukunft nur noch nachkommentieren von jemand anders. Nachkommentieren. Ja, genau. Das tut mir irgendwie, irgendwie eine weibliche, sexy Stimme, dann passt das. Ja, kommt gut. Dann noch schöne Thumbnails mit viel Busen und dann wirst du berühmt. Also. Gibt's da so, gibt's, gibt's irgendwie, das gibt auch Spaß. Ich hab einen mal gesehen, der hat Videos gemacht, hat einen Sprachcomputer dann benutzt. Und dann hat das immer so geklungen, als würde da so ein Roboter kommentieren. Und dann immer so, das gefällt sogar Peter. Lustig. Ha, 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 ha. Was ist das denn? Ich dachte, der Kerl hatte 11.000 Abos oder so. Okay. Dann würde ich sagen, starten wir, oder? No. Würde ich, würde ich auch meinen, starten wir. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das läuft. Wer geht wohin? Ich gehe rechts. Links. Mach ich mit. Egal. Und die anderen springen wild. Gut, ich gehe mit, ich gehe mit, egal. Ja, die geht, die links oder rechts? Das ist jetzt die Frage. Dann gehe ich nach rechts. Okay, gehe ich links. Ja, 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 rechts. Da bin ich echt, ich bin echt so gespannt, wie das läuft. Vor allem beim Täter. Ah, übrigens, ich habe mir noch, ich habe mir noch überlegt, die werden das so schnell nicht fixen. Mit dem, äh. Weil ich habe jetzt schon kommen. Das sind die Ersten, die sich total beschweren. Äh, wie geht das? Zweite Runde bei Osiris. Und, und, äh, hier gleich super. Vor allem hat der Kerl zweimal super benutzt, habe ich auch gedacht. Soll ich jetzt das Video posten und den Leuten sagen, äh, hier warte mal net so rum? Oder, ich sage, komm. Weil am Ende, da wurde dann schon auf einmal so viel diskutiert, dann wimmelt dann das Handy unterbrochen. Oh Gott, herkommt schon Platoriana. Anfangen wir jetzt nicht ohne? Oh, na toll. Oh, na komm mal. Ich finde das gar nicht so schlimm mit der Schwammgranate, wenn ich ehrlich bin. Ah, bei uns ist der Action. Oh, oh shit. Oh, komm schon. Also irgendwie hat meine Granate nicht gut gewirkt. Ach, bei mir hat sie auch nicht gezogen. Ich denke, wir brauchen zuerst eine Auflauffase. Oh, der Pratoriana. Der ist scheiße bei uns. Oh, ja, 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 ja. Come on. Ist das weniger geworden mit der Auflauffase? Ja, ja, das kommt gut. Also, meine Super ist nicht ready. Warum auch immer. Ah, hi, ist ready. 60 Prozent. Alter. Oben kommt der. Ja. Bubbles. Immer noch nicht. Ready. Ja, Mann. So, und erstmal den Sniper. Da müssten Sphären liegen, Manu. Kommt oben. Okay, jetzt kommt bei uns. Von links kommt der Angeber hoch. Von links kommt der Angeber hoch. Die scheiß Pratoriana. Hier, jetzt mal. Ja, wenn er oben kommt, dann kann ich machen. Mit Gold, ne? Dann mach. Ja. Nimmst du super? Oder soll ich? Für den. Alter, lass ihn leben. Ich mach super. Na, come on. Teren. Dice. Super. Wow, erstmal voll daneben gesetzt. Ja. Na, was soll das? Dann Tübe eine Höhe ist nach links. Dann links. Ich hab. Pratoriana Mitte. Das ist eine richtige Messerstecherei hier, Mann. Ich wollt grad sagen, du meinst wohl Messerschlägerei, aber irgendwie, ja. Dann würde ich eine Messerschlägerei. Nein, fuck. Oh. Die Mitte. Wow. Na. Das geht schief. Das ist. Oh, ich sterbe, ich sterbe. Warte, mach ich halt mal an. Ey, wieso geht denn der Erste immer durch die Beine? Was soll das denn? Was soll das denn? Ich schieße und er geht einfach irgendwie durch die Beine. Ich weiß nicht warum. Was soll denn das? Ich verstehe das nicht. Deiner. Oh, ich fahr super rein. Oh, schön. Oh, oh. Ich hab super. Warum dauert das heute so lange mit der Säule, ey? Ja, irgendwie komisch. Wir haben die Mitte, haben wir kurz verloren. Aber meine, meine schon. Oh, hier wieder. Ja. Oh, man. Immer die Säle. Nicht schon wieder, nicht. Nein. Immer die Schweizer. Komm schon. Komm schon. Nein. Nein. Ich hätte super, aber ich trau mich nicht, sie so zu verschwenden. Vor allem, die verschwenden kurz vor dem Tod. Komm schon. Ich glaube, 50% haben wir von der Säule. Okay, ich hab. Boom. 50% haben wir von der Säule, 50% von der Säule. Ah, ja. Na, wenn der gleich groben kommt, müsste der gleich kommen. Ich glaube, der kommt gleich. Von unten kommt ein Praetorialer. Ich hoffe, du hast super. Nein. Ja, noch knapp. Okay. Okay. Da hieß doch mal eine Säule auf. Der geht zur Mitte von rechten. Oder habe ich besser aus Schnell down. Ja. Ah, der hat der oben. Habt ihr? Du hast den angelöst. Ich hab den gemacht. Sorry. Okay. Na gut. Deswegen frage ich nach. Shit. Shit. Oh, man. Nicht gut. Wenn ich schluss, hab den Praetorialer gekillt. Achtung, Praetorialer von hinten, Mago. Ich muss eben diese Kugel da aufheben, sonst hätte ich da diese Super nicht. Oh. Mach ihn kaputt. So, Wolfmesser. Oh, oh. Ich hab weder Super noch sonst was. Letzte Woche bei der Dämmerung hat sich die Super viel besser aufgeladen, muss ich sagen. Ja. Weil es mehr Schaden macht. Weil die Schwammgranaten mehr Schaden machen, weil sie Solar sind. Und das die Aufladung beeinflusst. Also war mein Eindruck. Der Toriljana von links in Mitte, ne? War Solar ein Flammen? Ach komm schon, dann mach ich das an. Ja, ja. War Solar ein Flammen. Ja. Das ist in einem Jahr auch mit. Stimmt. Oh, Mitte, 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 Mitte. Nicht gut. Wir sind ruhig, oder? Ja. Wow, ich hab vier Sphären gemacht. Dankeschön. Okay. Sie kommen trotzdem noch. Super. Auch noch nicht durch. Ich dachte, wir sind schon fertig. Ne, ne. Wir haben die Mitte nochmal verloren. Schweizer Verteidigung, weißt du. Schweizer. Sphären Power. Die Schweiz ist doch immer noch verantwortlich für die Verteidigung vom Vatikan, oder? Immer noch. Ja. Die Schweizer Garde. Oh, hier liegen sie so viele Sphären rum. Ich hab das. Ah, okay. Gut, ich sammle hier mal auf. Ich pack noch ein paar Sphären in den Rucksack für später. Mh, lecker, Sphären. Eigentlich müssen wir da ein anonymes Orb-Treffen machen. Äh, Malu, ich bin Nexus. Du hast geschafft, mit dem Sparrow da runterzufahren. Wie, was, wo, was? Ja, hat er ja noch. Versuch ich das an nochmal. Gab's den Zeitmesser im 26er? Weiß ich gar nicht mehr. Nö. Nö. Ich hab die noch. Aszendente Bruchstücke. Oder auch nicht. Nein, mein Sparrow. Warum kippt mein Sparrow um? Warum kippt mein Sparrow um? Warum? Warum? Ich will Bruchstücke haben, weil dann muss ich die nicht mehr umtauschen. Boah, ey. Natürlich, war ja klar. Gib mir gleich. Früher hab ich mich mehr aufgeregt. Ich brauche Energie. Ich brauche Energie. Fahr ich jetzt dann mit dem Sparrow runter, oder lass ich's bleiben? Ich schubst dich. Ich schubst dich. Wenn du drauf gehst, schaff mir den Make-Lose nicht mehr. Hüter gefallen. Was? Oh, okay. Warte, ich bin der Kunde. Alter. Wenn du drauf gehst, schaff mir den Make-Lose nicht mehr. Hüter gefallen. So wie bei mir. Traust du dir, dass wirklich Hüter gefallen? Naja, seitdem ist ja mein Copano vorhin schon gestorben, bei den Säulen. Ich bin jetzt mal böse. Ich schieße mal. Gut, wir können's abbrechen, neu starten. Ja, ich denke, wir gehen in den Angriff, oder? Ich mach's mal vor. Sorry, sorry. Du hast mich fast runtergeschossen, ey. Ich bin fast runtergefossen. Das ist ja toll. Ich geh jetzt in den. Ich hab super ready. Oh mein Gott, ich hab super ready. Da ist der Templer. Oder wo dir links? Wo? Egal. Also, ich bin hier. Ich bin links. Ich mach... Wer macht was? Ich mach die Mitte. Oder sehen wir schon zwei. Ich glaub, jetzt sehen wir schon zwei damit. Dann mach ich rechts. Da sind doch drei Grad rechts. Dann bin ich halt überall. Nee, 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 nee. Ist okay. Ist okay. Okay, gut. Überall und dann doch nirgendwo. Ich würde vorschlagen, dass wir, sobald die Runde 2 anfängt, eine Routine machen, dass die Mitte nach links rutscht, die Linken nach rechts rutschen und die von rechts in die Mitte. Wegen den Sphären, die wir produzieren. Ja, stimmt auch. Die am Boden liegen. Verdammt gut, die... Au, Mann. Hä? Wieso hab ich jetzt gar nichts dafür bekommen? Ich hab gar keine Super-Energie gekriegt. Ich auch nicht. Oh mein Gott. Vielleicht brauch ich eher die Sphärenheilung. Jetzt... Der Trigger. Jedes Mal... Ich drück' ihn fast zum Feuern. Es fehlt nicht mehr viel. Ich hab bei mir diesmal extra ein bisschen was auf Rüstung gespielt und nicht auf... Speed. Ich bin Speed-Junkie, Mann. Gerade wegen Nahkampf ist das irgendwie ein bisschen besser. Ja, absolut. Komm her. Bam. Ha. Na. Nein. Mein Aiming kannst du nicht brauchen momentan. Ähm, Bio, glaubst du mal, kommt's da, wo ich bin? Dann samm ich mal fix das Hirn an. Ja. Ich hab schon die richtigen Handschuhe an, oder? Ja, ja, doch. Ja, doch. Mich wundert es auch, dass das so lahm geht. Da haben die da fast irgendwie einen Hoppitz gemacht. Gibt's so ultra-lahm. Okay, okay. Soll ich jetzt... Das hatten wir gestern auch, als ich wirklich gespielt habe. War das auch ein bisschen lahm. Äh, oh. Das sind Habien. Ha-ha. Okay, es geht schon deutlich schneller, als ohne, aber... Ja, klar. Oh, Kacke. Das war ein grüner. Die soll man nicht messern. Meinst du grad mich, oder was? 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 Da schubsen mich ja. Nein, ich hab... Ich hab... Ich hab ein... Dings... Gut. Äh, also, ne? Ach, 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 was soll der Geist. Ich wurde vergiftet. Weil ich den gerecht hatte. Rechts, in die Mitte, in die Mitte, nach links, links, nach links. Ach so, ich lasse hier grüne Schrift und so, dass du... Dass du versucht hast, mich zu messern. Ich konnte mich nicht verheimdien. Ach so, ich bin da im Grund. Wo hat er mit meiner Leiche hingepackt? Ich bin unten gestorben, in der Mitte, weil ich mich heilen wollte. Come on. Jetzt liege ich auf der Rampe, danke. Schick mir, Gegner, los! Ach. Jetzt hab ich fast in die Pfütze gehauen. Ja gut, jetzt steht niemand, jetzt steht niemand rechts. Wollen wir nicht rotieren? Ja doch. Ich bin hier rüber. Gut. Also links muss nach rechts und die Mitte muss nach links. Die rechten, die machen die Mitte. Ich freu mich schon auf die politischen Witze. Links, rechts. Da hab ich jetzt nicht dran gedacht. Warst du nicht eben rechts mit 88 Disziplinen? Ja. 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 Alter, da sind doch alles Präzisions-Kills mit dem Wurfmesser. Ja. 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 Minotaurus. Ja. Ja, kacke. Da ist grüne Scheiße rum. Grüne Scheiße? Ja. Ja. Sieht eher wie Pipi aus. Hahaha. Oh Mann. Boom. Oh Mann. Ja, schön. Hier steht er leider nicht dabei, wie viel Sphären er aufgehoben hat. Ja. Ah, komm hier. Oh. Da ist doch ein Sphärrik da unten. Und Sphärrik da unten. Warum gab denn der Gelbe eben nur zwei? Tieren. Arsch. Weil es keine... Oh. Weil es keine Dings sind. Majors. Sind ganz normale. Major. Major, Major. Nee, wie, wie, wie. Major, Major. Oh, 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 oh. Sechs kleine Jägerlein waren. Die waren im Raid allein. Fettix ein, was ich da irgendwie... Kein. Oh, links kommen wir an. Naja, ich würde mal was mit Fein probieren. Minotaurus, links oben. Okay, Fettix. Yeah. Der Konflux ist weg. Ja. Und das fanden sie dann auch... Das fanden sie richtig fein. EG unten kommen, zurückziehen. Sechs kleine Jägerlein. Ähm. Der Linke kommt, flutsch. Ja, was ist denn mit? Ja, die Legion kommen. Nicht gehört. Ja, nein. Ich wollte nur sagen, dass jeder was der Opfer hat eben. Komm, lade auf, lade auf. Das war mir vorbei. Ja. So schnell kann's gehen. Okay. Von rechts in die Mitte. Ja, wir rotieren. Eins weiter. Mitte nach links. Rechts nach Mitte. Und. Die von links nach rechts. Aber das ist voll kompliziert mit dem Rotieren. Ich dachte, wir machen so einen lockeren Raid. Warum irritieren? Das ist... Das ist echt... Alter, liegen hier viele Sphären. Ihr sollt auch nicht so viele Sphären... Was? Was ist mit euch verkehrt? Entschuldigung. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich wär fast in der Suppe gelandet. Wir kriegen's noch hin, dass der ganze Fußboden leuchtet. Was? Hat das überhaupt schon jemand gemacht? Ich glaub' nicht, oder? Nee. Vielleicht kommen wir ja zu... Offenig, Bungie website! Das sind ja exklusiv, man. Im Videomaterial. am besten wäre es noch wenn wir das markt los schaffen würden wir haben ein Problem auf der linken Seite ja ich habe gleich nichts zu tun Achtung oh Gott oh Gott oh Gott oh shit gut wir haben es wir haben es Legium komm pass vor den Scharfschützen auf dritte Welle ist immer wir sind kritisch achso das Relikt dürfen wir aber schon benutzen gleich ne ja ja wir wollen es ja nicht übertreiben ich habe übrigens gerade einen Beutezug abgeschossen erledige mindestens drei oder mehr Gegner mit einer Super ja den habe ich nicht mitgenommen warum warum habe ich den nicht mitgenommen nein ich bin schon wieder an die Super gelatscht du kannst dich da unten heilen ja aber ich komme ja nicht raus weil da auch überall Super ist jetzt bin ich tot was soll der Scheiß wow 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 ja ja wir haben es so zu so geschafft ist schon gut der Makellos Zug ist schon lange abgefahren bevor wir angefangen haben im Makellos Zug saß ich als Erste drin ja auf unserem Weg nach Makellos Hausen ja 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 ja